herzlich willkommen zum ersten datenschmutz linkedin show sommer special es geht heute um den linked friday eine kleine aktion die ich mir ausgedacht habe die diesen freitag das erste mal stattfinden wird und da würde ich mich natürlich sehr sehr freuen wenn sie mit dabei sind und wir haben auch diesmal wieder die status updates der woche nicht ganz reguläre ausgaben wieder ab september und es gibt auch einige videos die ich ihnen gerne vorführen möchte aber zuerst zum linked friday was ist der linked friday nun jeden freitag geht ein linkedin user her schreibt der neue status update markiert eine person aus seinem netzwerk und schreibt einen kurzen satz dazu warum die anderen kontakte dieser person folgen sollten also sprich man empfiehlt sozusagen seine lieblings kontakte eben genau die accounts deren status updates man sehr gerne liest die regelmäßig spannende und interessante inhalte posten und dann denken sie dieses posting mit linkedin freie der betreffende nutzer wird dann darüber informiert und ja warum die ganze aktion wir erreichen damit drei dinge sozusagen drei fliegen mit einer klappe zum einen erhöhen sie durch die teilnahme die sichtbarkeit ihres eigenen accounts es gibt ja keinen gesamt feed wo man danach schauen kann wer alle empfohlen worden ist zum zweiten machen sie natürlich den kontakt in ihrem netzwerk die sie empfehlen eine freude jeder freut sich über lob und zum dritten helfen sie den kontakten ihren eigenen kontakten spannende inhalte für den newsfeed zu finden also mit anderen worten sozusagen eine win-win-win situation wie gesagt am freitag den 19 juli also diese woche geht es los und in zukunft soll diese aktion dann wöchentlich stattfinden wie funktioniert das ganze in der praxis ich habe ein kleines erklärvideo dazu geschnitten ich freue mich wenn sie diesen freitag dabei sind bei der premiere des linked friday am 19 juli sie können dann später ihren enkelkindern erzählen dass ich bei der allerersten runde schon mitgemacht haben wie gesagt das motto der ganzen aktion lautet one recommendation better feeds for all also ich zähle auf sie geht ganz schnell und links frei und damit zum artikel der woche und zu den status updates der woche silvia fritsch hat auf ihrem blog einen sehr ausführlichen beitrag über instagram geschrieben und zwar geht es dabei ganz konkret darum wie man mit instagram seinen eigenen signature style entwickelt indem man farbpsychologie zu hilfe nimmt sehr sehr interessanter beitrag auch optisch sehr schön aufbereitet und da wird eben auch erklärt die verschiedenen persönlichkeitstypen und wie die mit den einzelnen farben zusammenspielen und silvia erklärt dann auch wozu man wenn man einen instagram account professionell und längerfristig betreiben möchte wo man sich da unbedingt so ein sogenanntes mood board herrichten sollte wo man denn auch schon die farbanmutung sehr gut erkennen kann ja spannender ansatz der den eigenen instagram account sicherlich auf die nächste ebene heben kann und damit kommen wir auch schon zu den status updates der woche wie interessant oder spannend oder ansprechend kann man ein relativ simples login formular wie wir es ja zu tausenden können gestalten und dieser designer hier hat sich einiges überlegt man sieht hier der jede oder bär oder was auch immer reagiert auf die eingaben des users wirklich ein schönes beispiel für usability bzw user center design ein ganz normaler standard vorgang aus dem er eben auch etwas besonderes machen kann dann haben wir hier einen meiner meinung nach sehr schönen beitrag von martin wolf und zwar geht es darum in einen kleinen communication hack anstatt sich zu entschuldigen sollte man sich in vielen situationen lieber bedanken also statt 1 sorry 1 always late vielleicht besser thank you for waiting for me statt 1 sorry for being so sensitive thank you for being accepting of me ich denke das ist ein ganz praktischer und gut anwendbarer typ für die tägliche kommunikation videos der woche wir haben hier einmal von alistair gosling dem gründer von extreme ein skate video beziehungsweise der skater fährt hier mit einem ganz normalen skateboard über einen solchen dirt track runter und wie man das sieht an der aufnahme das ist aufgenommen mit einer 360 grad kamera liefert wirklich sehr sehr spektakuläre bilder und da kann man schon einigermaßen sehen was in der nächsten zeit an neuen visuellen technologien auf uns zukommen wird und dann habe ich noch ein video das kennen sie wahrscheinlich alle schon wurde ja sozusagen quer durch die medien getrieben der fliegende franzose der hier am charlessee mit gewährender hand auf seinem hoher bord steht ich habe gestern gelesen dass ministerpräsident makro gesagt hat anlässlich des nationalfeiertages kündigte präsident magro die schaffung eines militärischen weltraumkommandos an der weltraum sei ein neuer bereich der konfrontation so macron wir müssen uns in die lage versetzen uns im und aus dem weltraum zu verteidigen ok etwas eigenartige französische verteidigungsprioritäten aber nichts desto trotz wird wohl noch ein weilchen dauern bis wir alles herum fliegen aber wer weiß vielleicht werden das ja die neuen elektroroller wir würden dann auch nicht mehr die gesteige verstellen das war es auch schon wieder mit diesem special wie gesagt noch mal eine erinnerung linkedin friday sie finden alle details auf linkedin friday.net seien sie mit dabei diese woche premiere wie gesagt freitag 19 juli einen kontakt markieren im status update beitrag mit linkedin friday denken und mit dabei sein